Broadway-Atmosphäre. Herzlich willkommen hier in Knutschbeck Berlin, der buntesten und angesagtesten Show- und Party-Location unserer Stadt. Noch sind wir ja alle so ein bisschen in einer überschaubaren Anzahl, ist bestimmt, weil das Kletter heute so schön ist, sind alle noch draußen in Prag und am See. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ihr heute schon hier seid. Ja, da wird auch genickt. Freut ihr euch auch, dass ihr hier seid? Ja, auf was können wir uns heute alles freuen? Was passiert alles bei uns auf dieser schönen Bühne? Eine ganze Menge. Ja, die, die draußen sind noch am See, die verpassen garantiert was, aber ihr könnt es denen dann erzählen. Wir haben natürlich nachher später nochmal unseren Dima, unseren Musiker und dann haben wir Tanzdarbietungen. Wir haben eine Luftakrobatin, wir haben eine großartige Live-Sängerin und so ein bisschen Überraschendes haben wir für euch auch, was das sein wird. Mal gucken, da seid ihr immer ein Teil von, also ihr seid Teil der Überraschungen. Das heißt also, wir werden nachher schon im Laufe des Abends miteinander uns gegenseitig überraschen. Jawolle, ein bisschen Spannung muss noch bleiben. Mein Name ist Marjita Söber, ich erzähle euch im Laufe des Abends so ein bisschen was aus der alten Zeit unserer Stadt und das auf musikalische Art und Weise und ich habe die große Freude, dass ich die hier auftretenden Künstler ansagen darf. Okay, jetzt habe ich mal eine Frage. I have a question. Do we have any international guests in the house? Which means people who don't understand the German language. Let me see you, let me hear you. Alle verstehen Deutsch? One, one. So very welcome. We're gonna make a nice show for you and we're gonna have a big party-abend, especially for you. Alright, just join us and join everything what happens on that stage. We have dances, we have singers, we have musicians, we have acrobatics and we have a lot of fun. Jo, lasst euch einfach ein bisschen überraschen. Wir werden gemeinsam einen super schönen Abend miteinander verbringen und dieser Abend wird auch nicht ganz fast kurz in einer halben Stunde vorbei sein. Nein, für all jene, die sich jetzt fragen, wie läuft das zeitlich mit eurer Show, es läuft folgendermaßen, es gibt immer eine Darbietung bei uns auf der Bühne, dann gibt es zwei, drei Lieder vom DJ, dann wird wieder ein bisschen Show gemacht, dann gibt es wieder zwei, drei Lieder vom DJ und so wird das den ganzen Abend über laufen. Das heißt also, ihr habt immer ausreichend Zeit, zwischendurch zu quatschen, zu tanzen, zu feiern, draußen eine zu hoch und spazieren zu gehen. Wie auch immer, richtet euch auf einen schönen, gemütlichen Abend mit uns ein. Nachher dann später, das heißt nach Mitternacht, startet hier die große Party mit Tanz und DJ bis zum Morgenhorn. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Wir fangen erst mal an, wir kommen erst mal an und ich würde sagen, ich verschwinde erst mal wieder ein bisschen, um dann in wenigen Minuten den ersten Hauptakt ansagen zu dürfen. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich wieder. I'm going to be back on that stage in a few minutes. See you then.